Moin, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute mit einer kleinen Osterempfehlung. Ich möchte euch 18 Spiele im Schnelldurchgang vorstellen, die ich euch empfehlen möchte, falls ihr euren Liebsten zu Ostern eine Freude machen möchtet. Ich nenne dabei immer die Preise. Ich habe mir online eine Seite rausgesucht, bei denen ich die Spiele bestellen würde. Also nagelt mich nicht auf den allerletzten Euro drauf fest. Das stimmt alles so ungefähr. Ihr bekommt die zu ungefähr diesen Preisen. Alles unter 20 Euro. Und zwei von den Spielen möchte ich euch auch als kleines Giveaway mitgeben. Zwei Rezensionsexemplare, die ich hier liegen habe. Da komme ich dann dazu, wenn ich die Spiele in die Kamera halte, welche das sind, wie ihr beim Giveaway mitmachen könnt. Schaut gerne in die Videobeschreibung. Und ich würde sagen, dann legen wir mal mit dem ersten Spiel los. Das erste Spiel, was ich euch empfehlen möchte, ist Love Letter, die Second Edition. Das gibt es nämlich jetzt in einem kleinen praktischen Beutel hier. Und diesen Beutel möchte ich euch auch als erstes Spiel meines Giveaways mitgeben, denn ich habe hier noch eine normale Love Letter, eine alte Love Letter Version liegen, mit einer etwas größeren Box. Und diese super praktische Box oder diese super praktischen Beutel kann man tatsächlich einfach mal ein bisschen besser auch mit hinnehmen. Die Karten sind auch ein bisschen kleiner. Und bei Love Letter für 9,99 seid ihr dabei. Ja, bekommt ihr ein cooles kleines Kartenspiel mit Player Elimination, was aber gar nicht schlimm ist, weil es wirklich nicht so lange dauert. Wir ziehen immer eine Karte, auf der draufsteht, was wir mit dieser Karte machen können. Und dann haben wir noch eine Karte auf der Hand und dann entscheiden wir uns, welche von diesen beiden Karten wir ausspielen. Und dann versuchen wir, ja, am besten zu überleben oder bis zum Ende die höchste Karte auf der Hand zu haben. Super einfaches Ding, macht immer wieder Spaß, kommt in meinen Runden immer wieder toll an. Das zweite Spiel, das richtet sich so ein bisschen eher an eure Kinder oder an die Jüngeren von euch. Da geht es um Pick a Pen. Das habe ich auch letztens gespielt. Ich fand es wirklich sehr interessant. Da seid ihr auch bei 9,99 ungefähr vom Preis. Und bei Pick a Pen ist es so, dass ihr mit Stiften würfelt. Also wir haben so bunte Stifte und die würfeln wir dann. Und je nachdem, wie sie dann landen, zeigt eine von diesen Seiten des Stiftes nach oben. Und auf dieser Seite steht dann drauf, wie viele Linien ihr dann malen dürft von diesem Stift. Und dann ist es so, wenn wir dran sind, nehmen wir einen von diesen Stiften, können uns einen aussuchen und dann müssen wir Linien auf unserem Blatt Papier malen. Da gibt es verschiedene Versionen von. Und je nachdem, welche Version ihr habt, müsst ihr unterschiedliche Sachen einsammeln oder irgendwelche Kästchen vervollständigen, etc. Das Ganze ist für Familien gedacht, beziehungsweise, ich würde eher sagen, für Kinder schon. Für Familien ist es fast schon zu seicht und zu einfach. Aber es führt Kinder ganz gut an diese Roll and Rides heran, die man ja dann doch im Kennerbereich oftmals vorfindet. Ein wirklich schönes und auch mal neues Spiel, weil wir mal mit nicht Würfeln würfeln, sondern mit Stiften würfeln. Beim dritten Spiel, was ich empfehlen möchte, da gibt es was auf die Ohren. Und zwar, da geht es mal wieder um die Echos-Reihe. Das neueste, das Orakel, das bekommt ihr von 10,99 ungefähr. Und bei das Orakel versuchen wir wieder eine Geschichte uns zu erschließen, indem wir kleine Hörschnipsel hören. Das funktioniert wirklich exquisit, muss man sagen. Also es gibt immer so kleine Karten, auf denen Bilder drauf sind. Und dann müssen wir mit der App, die dazu geliefert wird, ja diese Bilder quasi abscannen wie so ein QR-Code und dann spielt die App automatisch diesen Hörschnipsel ab. Und dann müssen wir diese Hörschnipsel in die richtige Reihenfolge bringen und uns dann eine Geschichte erschließen, also den Zusammenhang erschließen und so ein bisschen, ja, den Fall lösen. Tolle Soundqualität, macht immer wieder Spaß, dauert immer ungefähr so eine Stunde, dann ist man auch durch. Tolles Ding, Echos, das Orakel. Dann möchte ich euch MeisterQ ans Herz legen. MeisterQ ist ein kleines Stichspiel. Das ist auch die Version, die ich euch hier in dem Giveaway noch zukommen lassen möchte. Und bei dem Stichspiel sammeln wir Stiche. Ja, wir wollen am Ende eigentlich unterschiedliche Farben bekommen. Und wir bekommen nämlich immer diese Karten in den Stichen, aber wir bekommen sie nur, wenn wir den Stich gewonnen haben, beziehungsweise wenn wir Zweiter geworden sind. Und das wird nicht bestimmt durch die Farben, die dort liegen, beziehungsweise die haben keine feste Rangfolge, sondern es wird immer die Mehrheitenfarbe ermittelt. Das heißt, man kann eigentlich spielen, was man möchte. Man muss nicht bedienen oder so, also man muss nicht irgendwie das Ausgespielte, die Farbe bedienen, sondern man kann spielen, was man will. Aber man möchte natürlich möglichst die Mehrheitenfarbe stellen und innerhalb der Mehrheitenfarbe dann auch die höchste Karte haben, um den Stich sich dann zu sichern und dann eine Karte aus diesem Stich zu bekommen. Und wenn man genug MeisterQs gelandet hat, dann hat man gewonnen und ansonsten gewinnt man, wenn man die meisten Punkte hat. Ja, man muss da auf jeden Fall ein bisschen umdenken, dadurch, dass man nicht bedienen muss, aber ein sehr cleveres, kleines Kartenspiel. Spiel Nummer 5 gibt es für 12 Euro und da geht es um Dead Man's Draw. Das ist auch immer wieder ein Spiel, was bei uns gerne auf den Tisch kommt. Dead Man's Draw ist so ein kleines Push-Your-Luck-Kartenspiel, bei dem wir Karten aus der Mitte ziehen und die dann immer aneinanderlegen. Wir müssen aber aufpassen, dass keine Karte doppelt kommt, also kein Symbol doppelt kommt, weil wir dann ja alles verlieren und eventuell auch noch Karten verlieren. Und wir wollen dann möglichst viele Karten in unserer Auslage sammeln. und je nachdem, was für Karten wir dann so aufgedeckt haben, können wir dann noch verschiedene Effekte triggern und es ist wirklich sehr viel Chaos dabei. Also, ja, es ist schon sehr viel Glück und sehr viel Pech dabei. Man kann relativ wenig rausreißen mit taktischer Klugheit oder taktischen Tüfteln. Da muss man einem bewusst sein bei diesem Spiel. Ich mag es sehr gerne und deswegen empfehle ich es auch immer wieder sehr gerne für 12 Euro Dead Man's Draw. Spiel Nummer 6 ist ein Beach-Spiel. Ich möchte euch ganz gerne for Sales empfehlen. Da seid ihr bei ungefähr 16 Euro, also schon in dem, ja, etwas gehobenen Bereich hier über den Spielen unter 20 Euro. Und bei For Sale geht es darum, dass wir in zwei Phasen erstmal Häuser einkaufen. Wir können in so einem Bietverfahren auf verschiedene Häuserkarten bieten, beziehungsweise wir bieten immer auf die Höchste in der Auslage und immer wenn wir passen, kriegen wir die noch am niedrigsten verfügbare. Und wenn dann alle Häuser verkauft worden sind, müssen wir unsere Häuser, die wir gekauft haben, wieder auf den Markt schmeißen, um dann möglichst viel Geld rauszuholen. Also ist quasi House-Flipping das Spiel. Ein lustiges kleines Ding. Natürlich auch sehr viel Glück und sehr viel Pech dabei, je nachdem, was man so für Kombinationen bekommt auf dem Board. Aber ja, macht einen Riesenspaß for Sale. Spiel Nummer 7, da seid ihr bei 9 Euro dabei. Five Towers möchte ich euch empfehlen. Bei Five Towers geht es darum, dass wir kleine Türme in unserer Auslage bauen. Und ja, es läuft einfach so, in der Mitte liegende bestimmte Anzahl von Karten, je nachdem, wie viele Spieler mitspielen. Und dann geht es darum, dass wir auf die Karten bieten. Und es läuft dann so, ja, wenn ich auf vier Karten biete, dann muss ich quasi mir vier Karten in der Auslage nehmen und die dann an meine Türme dran bauen. Und das Problem ist, dass ich meine Türme immer nur in einer bestimmten Reihenfolge bauen darf. Das heißt, wenn ich dann Karten bekomme, die mir gar nicht passen, weil da irgendwie die Lücke dann zu groß wird zwischen diesen Karten, die ich da liegen habe und dann mein Turm nicht mehr hoch genug werden kann, ja, dann muss ich sie irgendwie trotzdem nehmen. Lustiges kleines Draft-Spiel, bei dem man immer gucken muss, dass man nicht zu hoch reizt. Ja, schönes Ding bei Five Towers. Bei Spiel Nummer 8 sind wir kooperativ unterwegs. Ich möchte euch The Same Game empfehlen. The Same Game ist eher ein Wortspiel beziehungsweise Partyspiel. Es geht darum, dass wir in der Mitte so verschiedene Kategorien haben, wie Material, Länge, Verwendungszweck und solche Dinge. Und dann haben wir einen Begriff und zu diesem Begriff müssen wir uns einen weiteren Begriff ausdenken und wir bekommen dann eine Kategorie zugewiesen. Und für diese Kategorie müssen unsere beiden Begriffe besonders gut passen und für die anderen Kategorie möglichst nicht. Und dann, wenn jemand dran ist, dann zeigt er seine beiden Begriffe und die anderen wissen aber die Kategorie nicht, für die er diesen Begriff, den zweiten Begriff quasi dann explizit sich ausgedacht hat. Und dann, ja, wird es, wird quasi diskutiert, zu welcher Kategorie das besonders gut passt. Und dann muss man nach und nach ausschließen. Und ja, je besser man war, desto mehr Punkte bekommt man am Ende. Dann möchte ich euch für 6,99 KABANGA empfehlen. KABANGA ist ein sehr kleines, kurzweiliges Kartenspiel, bei dem wir doch ab und zu ziemlich laut KABANGA rufen. Es geht darum, dass wir unsere Karten loswerden wollen. Das sind Zahlenkarten und die können wir neben solche Masken legen, die in der Mitte des Tisches liegen. Und wir wollen die Lücken zwischen diesen Zahlen möglichst klein halten, weil, falls Spieler noch Karten in diese Lücken legen können, dann müssen wir Strafkarten ziehen. Und da wir unsere Karten ja loswerden wollen, müssen wir genau gucken, wann wir welche Karte neben welche Maske legen. Ein wirklich sehr kurzweiliges, kleines, lustiges Kartenspiel. KABANGA. Ungefähr 11 Euro bekommt ihr Schnitzeljagd. Das möchte ich euch auch gerne ans Herz legen. Schnitzeljagd ist auch ein kleines Kartenspiel, bei dem wir, ja, ich glaube, es sind nur 5 oder 6 Karten auf der Hand haben. Das sind so Tierkarten. Und dann spielen alle gleichzeitig eine Karte. Und dann hofft man, dass man der Einzige war, der diese Karte gespielt hat. Denn nur wenn man eine einzelne Karte oder ein einzelnes Tier quasi spielt, was kein anderer gespielt hat, dann geht dieses auf die Jagd und frisst quasi alle anderen Tiere. Und, ja, ein lustiges, kleines Poker-Verwirrungsspiel ist das. Man möchte natürlich irgendwie die Gegner ausmanövrieren mit seinen Moves, ein bisschen in deren Gehirn gucken, wann sie was denn spielen werden. Lustiges Ding. Schnitzeljagd macht immer wieder eine Menge Spaß am Tisch. Dann möchte ich euch noch ein kooperatives Stichspiel empfehlen, und zwar Jekyll and Hyde vs. Scotland Yard. Da seid ihr bei 18 Euro ungefähr dabei. Und hier handelt es sich natürlich um die kooperative Variante von Jekyll vs. Hyde. Wir haben wieder ein Stichspiel, bei dem wir Stiche jetzt aber möglichst gut verteilen wollen, auf uns oder vielleicht auch auf Scotland Yard. Und es gibt auch wieder Trankkarten, die dann bestimmte Effekte triggern, wie die irgendwie die Trumpffarbe ändern, etc. Ja, und dann möchten wir uns von Level zu Level spielen, möglichst irgendwie alles gut verteilen, um dann das Spiel zu gewinnen. Ein sehr schönes kooperatives Stichspiel, was auch für Einsteiger geeignet ist. Dann seid ihr bei 9 Euro und FTW dabei. FTW ist wieder so ein kleines Kartenspiel mit so einem besonderen Kniff. Wir wollen nämlich immer Karten loswerden, aber wir müssen die Karten auf einen Stapel in die Mitte spielen, und die müssen immer größer werden. Und wenn wir aber keine größeren Karten auf der Hand haben, dann können wir uns Hilfskarten besorgen, und nämlich, ja, Karten aus dem Stapel in der Mitte wieder in unsere Auslage legen, um später diese dann hinzuzuaddieren. Ja, und dann geht es darum, ja, wann versuche ich irgendwie meine Karten runterzuspielen, wann hole ich mir eher noch Hilfskarten. Das ist ein sehr taktisches Ding dann auch, weil man natürlich immer die kleinsten und die größten Karten, ja, im richtigen Moment spielen möchte. Ein sehr lustiges kleines Kartenspiel von zwei F-Spiele. Dann gibt es für ungefähr 13 Euro Trio, was ich euch empfehlen möchte. Trio ist ein kleines Kartenspiel, bei dem wir die Karten, die wir auf die Hand bekommen haben, der Größe nach sortieren müssen. Und dann ist es so, immer wenn wir dran sind, können wir unsere Mitspieler oder auch uns selbst quasi fragen, deck mal bitte die niedrigste Karte oder bitte deck die höchste Karte auf. Es gibt dann auch in der Auslage noch Karten, die wir aufdecken können. Und dann gilt es, ja, drei gleiche Karten hintereinander zu erfragen, um diese dann als Trio einzusacken. Und wenn man dann eine bestimmte Einzahl von Trios gesammelt hat, dann hat man das Spiel gewonnen. Ja, macht auch immer wieder Spaß und ist sehr kurzweilig. Für 20 Euro bekommt ihr Next Station Tokio oder auch den Vorgänger Next Station London. Da geht es darum, dass wir U-Bahn-Linien einzeichnen wollen mit bunten Stiften in verschiedenen Farben. Wollen wir diese Linien dann auf unserem Blatt markieren. Und das Lustige daran ist, dass immer Karten aufgedeckt werden, die uns dann sagen, ja, wie wir einzeichnen dürfen. Und es ist so, dass diese Stifte auch immer, ja, wechseln. Das heißt, man kann nicht immer mit einer Linie zeichnen, sondern man zeichnet immer abwechselnd die Linien so leicht parallel zueinander. Dann wollen wir natürlich Ziele erfüllen. Wir wollen durch möglichst verschiedene Stationen kommen, möglichst viele Gebiete irgendwie abdecken und dann Punkte zu sammeln. Ein sehr schönes Flip and Write. Dann noch ein kleines Chaos-Spiel. Noobs im Weltraum oder auch Noobs über Bord. Da seid ihr bei 14 Euro ungefähr. Dann haben wir wieder so ein kooperatives Spiel, bei dem wir wirklich uns konzentrieren müssen und richtig gut zusammenarbeiten müssen. Es gibt immer so Aufgaben, die wir erfüllen müssen. Und diese Aufgaben erfüllen wir anhand der Karten, die wir auf der Hand haben. Und dann geht es darum, diese Karten zum einen im richtigen Moment auszuspielen und diese Karten dann auch richtig auszuspielen, dass ein bestimmtes Bild auf dem Tisch dann entsteht, wie die Karten dann liegen. Und wenn wir das geschafft haben, dann freuen wir uns, weil wir uns ins nächste Level vorgearbeitet haben. Und falls nicht, müssen wir es dann halt nochmal probieren. Ihr habt auch eine ganz lustige Story so nebenher noch. Noobs im Weltraum hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Dann vielleicht noch ein kleines Kennerspiel für ungefähr 19 Euro, was ich euch empfehlen kann, nämlich Pacifica. Als Pacifica versuchen wir verschiedene Kartenarten auszulegen, um mit diesen Kartenarten dann Ressourcen zu bekommen, um weitere Karten ausspielen zu können. Und dann versuchen wir, ja, von bestimmten Kartenarten eine bestimmte Anzahl zu haben, um dann den Sieg einzuheinsen. Und ja, da gibt es dann noch so permanente Effekte, die man sich holen kann durch Karten. Es gibt Ressourcenkarten. Und ja, der Clou ist es, dass wir immer drei Aktionen haben und diese drei Aktionen extremst gut und ja, effektiv nutzen, um dann, ja, dem Gegner ein Schnippchen zu schlagen und ja, vielleicht auch zu verhindern, dass er im richtigen Moment die richtige Anzahl von Karten ausspielen kann. Dann haben wir noch ein kleines Ärgerspiel für 18 Euro. Möchte ich euch Mantis empfehlen. Mantis ist wirklich ein sehr lustiges Game, bei dem wir eigentlich nichts anderes tun, als rund um die Uhr Karten klauen von unseren Gegnern. Es ist so, ja, wir decken eine Karte auf und dann können wir sagen, pass auf, na gut, ich werte die oder ich möchte bei jemandem klauen. Und der Clou ist es, dass wir auf diesen Karten immer drei Farben haben, auf der Rückseite, wir aber nicht wissen, was auf der Vorderseite für eine Farbe abgebildet ist. Es muss halt eine von diesen drei sein, aber wir wissen nicht, welche. Und ja, wir müssen uns quasi dann vorher entscheiden, okay, mit dieser Karte, auf der diese drei Farben sein könnten, mache ich folgendes und ja, dann dreht man sie um und dann muss man es halt machen. Und ja, dann geht es darum, im richtigen Moment möglichst viele Karten zu haben, die man dann mit Glück werten kann oder im richtigen Moment dem Gegner alles zu zerstören, alle seine Karten zu klauen, damit er nicht werten kann. Sehr lustiges Hin und Her mit sehr vielen lustigen Diskussionen. Wieso klaust du jetzt bei mir? Und ja, tolles Ding. Und als letztes für ungefähr 20 Euro möchte ich euch noch Funfacts ans Herz legen. Bei Funfacts versuchen wir, unsere Mitspieler einzuschätzen. Es wird immer eine Frage gestellt und die muss man dann beantworten. Das ist meistens von 0 bis 100, irgendwie eine Zahl. Das beantwortet man für sich auf so einem kleinen Plättchen. Und dann, wenn man dran ist, muss man sich einsortieren in die Reihe. Und ja, muss man dann halt einschätzen. Okay, ja, okay, der links von mir oder irgendwie mein Mitspieler, der hat sich irgendwie so in die Mitte eingeschaltet. Aber ich glaube, ich bin auf jeden Fall irgendwie schneller als er, weil die Frage war vielleicht irgendwie, wie schnell bist du auf 100 Metern? Und dann, ja, dann würde ich mich auf jeden Fall da drüber einordnen. Und dann, ja, ist man einmal rum, dann hat man quasi so eine Reihe gelegt und dann werden die Plättchen nach und nach aufgedeckt. Und je nachdem, wie viele dann quasi in der richtigen Reihenfolge liegt, kann man dann Punkte sammeln, es ist wieder kooperativ. Also wir wollen möglichst gut uns alle einschätzen. Und ja, da ist so das ein oder andere Lustige kommt da zutage, wie man den anderen vielleicht dann komplett falsch eingeschätzt hat oder er sich vielleicht auch falsch eingeschätzt hat, wenn man dann nochmal drüber spricht. Ein sehr lustiges Spiel auf jeden Fall. Das war es mit meiner Empfehlungsliste zu Ostern. Ich hoffe, ihr könnt in eurem Freundeskreis oder in eurer Familie dem einen oder anderen eine Freude mit dem einen oder anderen Spiel machen. Die einzige Freude für mich zu Ostern wäre natürlich, wenn ihr hier meinen Kanal abonniert und meine Videos weiterhin schaut. Da würde ich mich natürlich darüber freuen, über eure Unterstützung hier auf meinem YouTube-Kanal. Und ja, das war es mit dem Video. Vielleicht habt ihr jetzt noch ein bisschen Zeit, ein weiteres Video zu gucken. Ich habe hier zwei Vorschläge. Hier oben einmal ein Review und Regelerklärung zum Spiel Bonsai. Ein sehr schönes kleines Plättchen-Lege-Spiel. Das solltet ihr euch definitiv mal anschauen. Das ist wirklich sehenswert. Und hier unten noch ein Video, was der YouTube-Algorithmus euch vorstellt. Ja, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin sage ich. Ciao, ciao.